Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, Leute. Heute geht es mal wieder um den kleinen Kerl hier. Ich war gerade mit Milo Gassi und es klappt nicht so mit dem Sturm rein, weil, also es sind zwar jetzt auch erst drei Tage, aber er macht draußen einfach nicht. Also er hat jetzt zweimal draußen gemacht, groß, er hat nicht Pipi gemacht. Und da habe ich ihn halt mega gelobt und auch Leckerli gegeben. Aber irgendwie hat er das Prinzip noch nicht verstanden. Aber es ist auch nicht schlimm. Dann ist noch ein kleines Baby. Noch ein ganz kleines Baby. Ja, der liebt es zu spielen. Und dann beißt er auch. Aber es tut nicht weh. Es tut nicht weh, Baby. Es tut mir nicht weh, mein Schatz. Ja, ein bisschen verspielt. Okay. Und jetzt weckt er sie ab. Jetzt weckt er sie ab, weil er war nur ein Spiel, ne? War nur ein Spiel, ne? Dich muss ich kämmen. Dich muss ich kämmen, Schütz. Leute, wenn er aufsteht morgens, ist er so süß. Er weckt einen richtig herzhaft. Ein kleiner Bär. Leute, jetzt kommt der Part, den er nicht so gerne mag. Aber das gehört dazu. Und zwar das Kämmen. Komm. Feind. Und jetzt gebürst du ihn mit denen. Hey. Milo. Ja, dann schauen wir mit einem kleinen Frechdachs, ne? Was Sinn muss, muss Sinn, Jungen. Komm, Milo. Müssen wir ihn also bestechen. Ja, jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Du bist so süß und so schön, hm? Ja. Ja, Baby. Ja, Baby. Wusstest du, dass du schon ein kleiner Star bist? Wusstest du das? Nee, ne? Jetzt weißt du es aber. Schreckt dich das ab? Milo? Milo? Milo, das ist doch dein Name, oder? Wieso hörst du nicht? Wieso hörst du nicht, Baby? Das ist doch dein Name. Fein. Fein. Feiner Hund. Oh, wir sind feiner Hund. Jetzt gehen wir raus. He's ready. Also Leute, mein Baby ist ein bisschen erkältet. Und er hat Schnupfen und Husten. Und seht ihr, er kann gar nicht so richtig atmen, weil er Schnupfen hat. Und ich habe ihm jetzt so Kamillentee gemacht, den er natürlich nicht trinkt, sondern nur eininhaliert. Und ich hoffe, dass es was hilft, weil ihm geht es wirklich, glaube ich... Also ihm geht es gut. Er ist auch fit eigentlich. Aber... Ja. Arme Maus. So, Leute. Ich kann jetzt gleich aus, wenn das hätte ich nichts an, aber ich habe was an. Auf jeden Fall wollte ich mich gerade fertig machen und euch mal kurz über die Woche erzählen, wie die war in Milo. Meine Wimpern sind jetzt auch drei Wochen alt. Und auf jeden Fall war es so, dass Milo vor, beziehungsweise schon nach einem Tag oder zwei Tagen angefangen hat zu niesen. Er hat so aus der Nase geatmet, sag ich jetzt mal. Und da kamen halt so Wassertropfen raus. Ich habe mir jetzt aber nichts dabei gedacht und wusste auch nicht, was das bedeuten soll und alles. Und ich bin halt davon ausgegangen, dass er schnupfen hat. Und dann habe ich halt auch mal eine Züchterin geschrieben, weil die ja immer erreichbar ist. Also man kann die ja immer schreiben. Und sie meinte halt, dass es vielleicht von einer langen Autofakt sein kann, dass er sich gekältet hat. Und dann habe ich mir direkt Sorgen gemacht und alles. Es blieb halt die ganze Zeit bei diesen paar Tropfen. Bis dann gestern oder vorgestern es immer schlimmer wurde. Und dass er in der Nase wirklich konstant lief und er auch so eine verstopfte Nase hatte, würde ich jetzt sagen. Also es hat sich so angehört wie beim Menschen. Und es hat sich halt auch so angehört, als hätte er husten. Gestern Nacht war es dann ganz schlimm, weil er einfach überhaupt nicht einschlafen konnte, weil er keine Luft bekommen hat. Weil seine Nase so krass verstopft war, dass er wirklich keine Luft bekommen hat. Und er war halt die ganze Zeit wach, hat wieder diese komischen Geräusche auch gemacht. Und ich habe richtig Paranoia gehabt. Ich war kurz davor, also ich war die ganze Zeit natürlich mit ihm wach von... Das ist ein bisschen überberichtete Nummer, ich sehe das gar nicht, welche ich mache. Aber ich will eigentlich nur erzählen. Ich war von halb drei bis halb sieben wach. Hab dann anderthalb Stunden geschlafen, weil er dann glaube ich auch eingeschlafen ist. Er war so müde, dass er dann schon im Sitzen so eingeschlafen ist und so getaukelt ist. Aber er konnte nicht schlafen, wegen seiner Nase halt. Und das hat mich dann schon ein bisschen fertig gemacht, dass ich dann heute Morgen wirklich überhaupt nicht nachgedacht habe und direkt zum Tierarzt wollte. Auf jeden Fall waren wir dann beim Tierarzt und der meinte halt, dass sein Herz und seine Lunge, dass alles okay ist und dass alles fit ist. Und dass es halt von seinen Mandeln kommt. Das heißt, er hat eine Mandelentzündung. Und dann hat er halt zwei Spritzen bekommen, die ihm auf jeden Fall helfen sollten. Eben einmal eine Spritze für, also Antibiotikum und einmal eine Spritze für sein Immunsystem, dass es gestärkt wird. Es geht ihm jetzt auch schon ein bisschen besser, also er konnte jetzt schlafen. Und ja, also ich bin auch mega müde, weil ich ja ganz lange mit ihm wach war. Aber ich glaube, wenn er dann wieder gesund ist und wenn alles gut ist, dann werden auf jeden Fall richtige Vlogs kommen, wo er ihn dann auch wieder so happy sieht, wer er ist. Die nächste Falle Goodie Back war die Just Peachy Mads Palette von Too Faced. So nice. Wir waren gestern draußen und er hat ja seine ersten Freunde kennengelernt. Und er ist einfach so offen zu anderen Hunden und Menschen. Wenn ich mit dem Gassi gehe und ein anderer Mensch kommt oder so, läuft er auch direkt dahin, aber so freudig und möchte den Hallo sagen. Das ist so cute und gestern mit den anderen Hunden, das war so Zucker, weil er halt einfach richtig froh war. Er war einfach richtig happy und ist dem Hund die ganze Zeit hinterher gesprintet. Ich kann nicht normal gehen mit ihm, weil Leute mich immer anhalten, weil die den so süß finden und dann immer fragen, ja was ist das für eine Rasse und können wir mal ein Bild machen, können wir den mal streicheln und alles. Also der wird auf jeden Fall von allen richtig geliebt. Ich benutze jetzt den Too Faced Bronzer. Ich liebe die Benefit Blushs. Also ich war nie der Blush-Typ. Ich fand das immer irgendwie, dass das Make-up kaputt gemacht hat, aber irgendwie finde ich, dass das alles viel frischer aussieht mit Blush. Und jetzt benutze ich das Fixing Spray von Marc Jacobs. Das ist so geil, Leute, das riecht so Hammer. Er geht immer mit seiner Foto und mit seinem Fell hier ins Wasser, in sein Näppchen. Mein Baby, geht's dir gut? Geht's dir besser, mein Jetzy? Ach, ich liebe dich. Ich liebe dich und bald geht's dir auch schon besser, okay? Sag Hallo zu den Leuten. Leute, er atmet die ganze Zeit aus dem Mund, weil's wegen seiner Nase. Und er sieht total fertig aus. So, ich hab einen neuen Huda Beauty-Wippenstift bekommen. Girlfriend. Jetzt bin ich gespannt, wie Girlfriend aussieht. Ich kannte das, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich mag die Farbe eigentlich. Die sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist dann auch schon der fertige Look für heute. Heute fliege ich das erste Mal nach Hamburg. Ich freue mich extrem, weil ich immer, wirklich immer, immer mal nach Hamburg wollte. Aber irgendwie nie dazu gekommen bin. Und ja, Milo bleibt leider hier, weil er ein bisschen erkältet ist und ich ihn nicht unnötig stressen möchte. Und ich muss jetzt wirklich hier, also wenn ich Chaos sage, dann meine ich Chaos. Es ist nicht dieses Jasmin Unordentliche, sondern es ist ein Chaos. Aufräumen. Und ja, dann nehme ich euch heute ein bisschen mit. Der schläft die ganze Zeit. Mein Baby schläft die ganze Zeit, weil er krank. ist. Aber es geht ihm schon viel besser. Wie geht's dir heute? Wie geht's dir heute? Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr ein Vlog oder ein Schminkvideo wollt. Und die meisten haben es jetzt für Vlog abgestimmt. Deswegen werde ich vloggen. Und ja, das wird dann morgen anderen kommen. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, ich zeige euch jetzt, ich creme mich jetzt gleich ein im Gesicht und ich zeige euch die beste Creme überhaupt, Leute. Die ist der Shit. Und ich werde euch dann auf Instagram fragen, wie ich mich schminken soll, weil ich mich in letzter Zeit halt wirklich kaum schminke. Also was heißt kaum? Eigentlich schon kaum, aber halt auch so natürlich, wisst ihr? Also Milo schläft die ganze Zeit. Erstens, weil er ein Welpe ist. Zweitens, weil dieses Antibiotikum ihn total müde macht. Aber abends ist er irgendwie fit. Ich werde dich so vermissen. Mein Wolkneulen. Meine Wolke. Mein Baby. Mein Baby. Mein Baby. Oh. Du willst mich auch vermissen, ne? Ja. Ich weiß. Ich weiß. You know what time it is now. Hast du Bock? Ja. So fängt er schon an. Ich muss ihn jetzt ein bisschen kämen und dann melde ich gleich. Lach mal. Ja, fein. Übrigens, Leute, dieses braune kann man mit so einem Zeug wegbekommen. Ja. Noch einmal lächeln? In die Kamera? Okay, fein. Okay, Leute, ich habe euch jetzt auf Instagram abstimmen lassen, wie ich mir schminken soll. Also jetzt nur wegen Foundation und Augenbrauen, weil das halt immer so eine Sache ist, weil ich mir da so unsicher bin. Und die meisten haben für beides abgestimmt, also dass ich beides machen soll. Und dann frage ich mich immer, warum werde ich dann als Schminkfress oder sonstiges beleidigt, wenn ich es dann mache? Wisst ihr, was ich meine? Irritiert mich ein bisschen, aber... Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich ja eigentlich ein bisschen natürlicher werden, aber ihr haltet mich irgendwie davon ab. Nein, Spaß. Aber ich glaube, ich werde nicht beides machen, wenn eins von beiden. Aber ich weiß noch nicht, welches. Hilfe. Leute, ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Das ist mein Outfit, richtig basic. Aber ich habe jetzt nichts Besseres gefunden. Und ich muss jetzt... Ich habe jetzt noch 15 Minuten. Und eigentlich kommen die immer früher. Deswegen muss ich mich jetzt extra beeilen. Und packe jetzt meine Tasche ganz schnell. So, Leute. Moment, ich brauche gutes Licht. So, Leute. Angekommen in Hamburg. Und ich habe mich jetzt schon verliebt, obwohl ich die Stadt nur im Dunkeln gesehen habe. Wir sind in dem neuesten Hotel in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder was mit F? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe noch nie so ein Hotel gesehen. Das hier ist das Badezimmer, okay? In echt sieht es erst mal noch viel krasser aus. So, jetzt mal gar nicht so zum Aussehen, okay? What the fuck is this, Leute? Das ist einfach ein verdammter Knopf im Bad eingebaut, womit man Musik machen kann. Das heißt, ich höre gerade Musik mit meinem Handy durch... ...mit Bluetooth durch diesen Knopf. Was ist mit der Technik los? Jetzt kommen wir mal weiter. Also, hier kann man alles bedienen. Hier kann man das Licht umändern. So wie man das will. Hier die Klima. Was habe ich jetzt gemacht? Also, alles. Hier, do not disturb. Ich meine, hallo. Ganz ehrlich, da frage ich mich, wo soll die Technik hin, Leute? Ich bin total buff. Ich bin einfach nur buff. Ich kann das gerade einfach nicht fassen. Es ist so geil hier. Ich habe mich einfach zu lieb. What? Was ist das? Ah, ein begehbarer kleiner Schrank. Can't believe. Stopp. Und hier ist das andere. Also, hier ist das Hauptzimmer. Es ist auch wirklich richtig, richtig geil. Ich kann es gar nicht glauben. Hier ist meine Pixie-Goodie-Bag. Die ist auch richtig krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles mitnehmen soll. Ich meine, ich habe ja keinen Koffer oder so. Und ja, ich bin einfach nur überwältigt. Ich bin einfach nur überwältigt. Und wir gehen jetzt nochmal mit Ramona und Tina was trinken. Also, Softdrinks. Und ich glaube, Dagi ist duschen gegangen. Also, sie kommt nicht mit. Aber wirklich, danke an Pixie. Das ist so krass hier. Ich habe keinen WLAN oder sonstiges Hilfe. Also, Leute, ich wollte eigentlich früh schlafen gehen. Aber... Was will ich früh schlafen gehen? Äh, ich muss euch jetzt nochmal was zeigen. Hier sind ja gerade die Vorhänge offen. Und wenn ich jetzt hier auf den Kopf drücke... Wie geil ist das bitte? Mein WLAN funktioniert nicht, aber es ist mir gerade egal, weil ich mich mit diesem Zimmer beschäftige. Und mit meinen Pixie-Sachen. Also, guten Morgen aus Hamburg, Leute. Ich habe fünf Stunden geschlafen, aber dafür geht es mir eigentlich ganz gut. Also, ich bin relativ fit. Und ich werde jetzt mein Video bearbeiten und es hiermit beenden. Ich hoffe, euch hat dieser chaotische Vlog gefallen. Ich glaube, er hat keine Ahnung wo angefangen und hört jetzt hier in Hamburg auf. Ähm, ja, ich fahre jetzt in anderthalb Stunden ungefähr wieder nach Köln. Diese Fliege und bearbeite jetzt mein Video. Ich habe ja aber kein WLAN. Das heißt, es wird erst später kommen. Aber es kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu.